Ich freue mich sehr, dass Sie mit uns das Angebot des Programms nutzen. Alles über das Belvedere-Programm finden Sie auf der Programm-Homepage. Ein Teil des Angebots wird als MOOC abgehalten, also als Massive Open Online Course. Was ein MOOC genau ist und was unser MOOC auf der Plattform iMOOCs bietet, ist der Inhalt dieses Videos. Entweder Sie sehen dieses Video bereits über die iMOOCs-Plattform selbst, dann haben Sie die erste Herausforderung, den Login in den MOOCs, schon geschafft. Oder Sie stehen noch vor diesem Schritt, der schnell erklärt ist. Über die Internetadresse iMOOCs.at kommen Sie zur Plattform. iMOOCs ist eine Plattform, auf der Sie zu unterschiedlichsten Themen Inhalte konsumieren und oft auch interaktiv durcharbeiten können. Diese Themen werden in Kurse verpackt angeboten, eben den MOOCs. Zusätzlich ist die Plattform für alle frei zugänglich. Jedoch muss man sich, wie auf so vielen Plattformen im Internet, registrieren. Warum dies erforderlich ist, darauf gehe ich später noch kurz ein. Für die Registrierung benötigen Sie eigentlich nur eine gültige E-Mail-Adresse. Einmal registriert, können Sie sich jederzeit in die Plattform einloggen. Schon sind Sie Teil der iMOOCs-Community und haben Zugriff auf alle Inhalte. Die meisten sind auf Deutsch, aber nicht ausschließlich. In welchen Sprachen ein MOOC angeboten wird, sehen Sie an verschiedenen Stellen im MOOC selbst. Oder Sie können über den Suchfilter Kurse in der gewünschten Sprache finden. Unser BelvedermOOC wird in drei Sprachen angeboten. In Deutsch, Englisch und Spanisch. Alle Inhalte sind also in all diesen Sprachen umgesetzt. Der überwiegende Teil der Inhalte wird in Videos angeboten. Diese Videos können interaktive Elemente enthalten, welche Sie zur bewussten Auseinandersetzung mit den Inhalten motivieren sollen. Es gibt aber noch mehr zu entdecken, wie zum Beispiel Untertitel und Transkripte zu den Videos, weiterführende Verlinkungen und Dateien, sowie Quizze, in denen Sie das Gelernte selbst überprüfen können und einiges mehr. In einem Forum können Sie Fragen stellen. Die Expertinnen oder auch andere Teilnehmer des MOOCs werden Ihnen antworten. Die Inhalte werden Ihnen nicht in beliebiger Reihenfolge oder alle auf einmal dargestellt, sondern sind in Lektionen strukturiert. Die Lektionen werden Ihnen nach und nach freigeschalten, um ein schrittweises, regelmäßiges Lernen zu erleichtern bzw. Überforderung durch zu viel Input auf einmal zu vermeiden. Wie viele Lektionen der MOOC enthält und wann diese freigeschaltet werden, sehen Sie zum Beispiel in der Lektionsübersicht. Am Ende einer Lektion finden Sie meist ein Quiz vor. Wenn Sie dieses zu 75% positiv absolvieren, so können Sie sich am Ende des MOOCs ein Zertifikat über die Teilnahme am MOOC selbst erstellen und ausdrucken. Manche MOOCs bieten zusätzlich bei Absolvierung der Lektionen noch sogenannte Badges als Anreiz an. Badges sind digitale Abzeichen, welche genauso wie das Zertifikat als Bestätigung bzw. Nachweis über das Erlernte dienen. Badges können auch auf anderen Plattformen angezeigt werden und sagen dort also etwas über ihre erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten aus. Ein Zertifikat oder Nachweis macht also nur dann Sinn, wenn darauf auch Ihr richtiger Name steht. Das ist nur ein Grund, warum der Zugriff auf iMOOCs eine Registrierung bzw. einen Login erfordert. Auch die aktive Teilnahme im Forum oder an anderen Stellen im MOOC kann nicht anonymisiert erfolgen. Im Unterschied zu anderen MOOC-Plattformen bleiben die Inhalte eines MOOCs auf iMOOCs auch nach der Absolvierung weiterhin für Sie zugänglich. Unsere MOOCs haben also prinzipiell kein Ablaufdatum. Es kommt aber vor, dass sie nach einer gewissen Zeit in aktualisierter Form neu angeboten werden. Durch Ihre Teilnahme am MOOC kommen wir dem M in der Abkürzung MOOC einen Schritt näher. Das M steht für Massive. Wir hoffen also, dass unser Belvedere-MOOC nicht nur Open, also für alle frei zugänglich und Online, also über das Internet erreichbar ist, sondern auch möglichst viele Teilnehmende erfreuen wird. Übrigens, Open bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass alle Inhalte von Ihnen wiederverwendet werden dürfen. Dieser und alle anderen MOOCs auf iMOOCs sind somit frei verwendbare Bildungsressourcen, sogenannte Open Educational Resources. Das wird dadurch erreicht, dass alle Inhalte unter einer der freien CC-Lizenzen veröffentlicht werden, den Creative Commons Lizenzen. Welche Lizenz zum Beispiel dieses Video hat, erfahren Sie nur gleich im Abspann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.